Ich bin der Sturm! Ich bin die Sintflut! Ich bin Benjamin. Ich bin 34 Jahre alt. Ich war zwölf Jahre nicht mehr zu Hause. Hi. Hi. Wo ist ... Mama? Könnt ihr mal ganz kurz zusammenstehen und hier reingucken? Ich wollt euch was sagen. Mama, ich muss dir was sagen. Ich frage mich, was kommt denn als Nächstes? Dün, dün. Zu Hause, das sind die Eltern, die Dörfer, der Schulweg. Kannst du mal bitte zurückkommen? Ich muss dir wirklich was sagen. So, jetzt erzähl doch mal. Wie geht's dir eigentlich? 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 Wie geht's dir eigentlich?